Timo, du geiler Schwanz. Ich zeig dir jetzt mal hier den geilen Occi. Da komm mal mit Klappschlüssel, Alter. Da rastest du aus. Kann man auch wieder einklappen. Alter! Ostdeutschland. Mundschutz, dritte Halbzeit-T-Shirt hat er auch. 134.000 Kilometer garantiert gedreht. Sechsgang Handrührer. Und schau mal, Alter, mit Navigationssystem, damit du auch den Weg zur nächsten Kneipe findest, Junge. Teillederausstattung, da war die Kohle für Volllederleiter alle. Da hat ab und zu wahrscheinlich vom Vorbesitzer das Kanin schon mal ein bisschen dran rumgenagt. Heckdeckel, nicht so muschimäßig wie bei anderen Fahrzeugen, darf man hier noch von Hand öffnen und auch wieder schließen. Fahren tut die Karre übrigens auch. Es existiert sogar ein Heckheft, was ich persönlich sogar gefakt habe. Und die Bremse, ja, die ist so gut, die bauen wir uns noch aus und stecken die irgendwo anders rein und stecken die irgendeinen Schrott rein. Das ist eine Beschleunigungsdelle. Oh hier, uh, 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 uh. Also der Fachmann würde jetzt von den kompletten Seitenschaden sprechen. 90.000 Euro Schaden mindestens. Hakelschaden ist leider keiner da. Wenn du aber willst, kann ich hier noch ein paar Hageldellen reinklappen, falls dir das besser gefällt. Also, meld dich bei mir.